Schwerpunktthema heute ist diese filmreife Theatralik, die wir jetzt sehen, mit den Supermächten und mit Nordkorea. Ja, also das heißt, was uns hier dann gezeigt wird, ist wie in einem kitschigen Hollywood-Film. Ja, das heißt, die Amerikaner sind ja bekannt dafür, dass sie halt hier mit ihren Filmen Soft-Power-Techniken verwenden. Das heißt, sie wollen halt international und national gut dastehen durch Filmpropaganda. Gab ja lange Zeit diese Information Agency, also eine Art Geheimdienst, Propagandadienst in Amerika. Und der war eigentlich gedacht, im Kalten Krieg, um im Ausland Propaganda zu machen pro Amerika. Aber durch diese Querverbindungen entstanden dann auch solche Projekte wie Star Wars. Und George Lucas hatte dann Verbindungen zu dieser Information Agency und seine, glaube ich, alten Professorinnen, Professoren und so. Und was halt eben dann, also anscheinend finanzierte der Staat auch Propaganda fürs Inland, was er eigentlich gar nicht durfte. Und was ist typisch für diese amerikanischen Filme? Ja, das ist so, dass die jetzt nicht unbedingt halt zu offen Amerika in schönsten Farben malen. Ja, manchmal schon, also so ein bisschen wie der neue Top-Gun-Film. Aber meistens ist es so, sie zeigen auch so ein bisschen die negativen Aspekte von Amerika. Ja, rechtfertigen das Ganze aber damit, dass halt einfach diese Probleme, die wir haben im Westen, dass es halt geschuldet sei der Freiheit und halt den Möglichkeiten, die Leute haben. Es sei verzeihbar, wir sind ein bunter Haufen. Wir raufen uns dann doch noch immer wieder zusammen und erkennen dann das gemeinsame Wohl und das, quasi das gemeinsame Ziel. Ja, und im letzten Moment raufen wir uns dann alle noch zusammen und ziehen an einem Strang und bezwingen die Gegner. Ja, und die Gegner sind natürlich dann total super böse, super evil. Das ist meistens so der Grundtenor in den amerikanischen Filmen. So ähnlich war es auch ein bisschen in Star Wars. Das heißt, Star Wars funktioniert auf mehreren Levels. Das heißt, das Empire in Star Wars ist ein bisschen angelehnt an das britische Kolonialreich. Ja, deswegen haben auch viele von diesen Imperiumsoffizieren auch so einen britischen Akzent. Es hat auch so ein bisschen Amerika mit drin, also amerikanisches Empire. Aber man lässt halt eben dann offen, ja, dass halt Amerika ist jetzt nicht nur das und Britannien war jetzt nicht nur das, sondern es gibt ja auch eine linke, also so eine linke Sphäre im Westen. Ja, und das seien dann die Guten. Und ansonsten war das Empire in Star Wars halt auch sehr, sehr Nazi. Und deswegen konnte man immer darauf verweisen, hey, die Nazis waren so die Hauptinspiration für das Empire. Also kann jeder so ein bisschen reindenken, was er will. Ja, und die, hier bei den Rebellen, das ist halt ein bunter Haufen. Und jemand wie Han Solo ist halt einfach so getrieben von diesem gierigen, individualistischen Kapitalismus-Piratentum. Ja, das heißt, er will sich da gar nicht einmischen. Han Solo, er will einfach nur abkassieren. Am Ende hat er dann doch ein Herz und kämpft mit und sorgt dann dafür, dass alles gerettet wird. Dann ist bekannt, dass, wenn jemand in seinem Hollywood-Film irgendeinen Flugzeugträger braucht oder wenn jemand halt ein größerer Großgerät braucht und Truppen zeigen will und so, dann muss man ans Pentagon rangehen und sagen, hey, ich brauche euer Zeug. Und die sagen dann, okay, dann gebt mir uns mal das Drehbuch und wir ändern euer Drehbuch. Und dann kriegst du halt so diesen Deal mit dem Pentagon. Was weniger bekannt ist, ist, dass die psychologische Kriegsführung, Abteilung im Pentagon, dass die halt eben dann auch inspiriert werden durch halt Drehbuchschreiber oder Geschichtenschreiber. Also, gute psychologische Kriegsführung weiß genau, auf welche Knöpfe man drücken muss, was die Leute für Geschichten gewohnt sind und Narrative gewohnt sind. Ja, das heißt, man kann da eben auch Leute beschäftigen, die eigentlich Romanschreiber sind oder Fernsehschreiber oder Filmschreiber sind. Ja, das heißt, wenn die Amerikaner halt irgendwas vorhaben, irgendeine Operation oder irgendwas Größeres, dann will man halt so ein Narrativ präsentieren und das muss halt dann richtig knallen. Das soll halt dann so richtig knallen. Ja, das soll jetzt nicht so sein, wie es die Russen jetzt gemacht haben mit der Ukraine, dass man da so einen Blitzüberfall macht. Nicht mal eine False Flag vorher gemacht, sondern so einen Blitzüberfall auf die Ukraine und dann schiebt man noch so hinterher, ja, wir entnazifizieren die Ukraine, weil es da vor Urzeiten mal ein paar Nazis gab oder Faschisten gab in der Ukraine. Und die NATO sei zu nah an uns herangerückt. Also, das war so mies. Das ist so schlechtes Kino, was die Russen da gemacht haben. Vielleicht wollen sie das ja jetzt nachholen. Es gab jetzt auch Graune von den Russen, dass die ukrainischen Saboteure in Russland vielleicht irgendein Atomkraftwerk sabotieren oder irgendwas. Also, wenn die Russen da irgendwas selber inszenieren, die Ukrainer beschuldigen, dann können die Russen auch vielleicht Atomwaffen einsetzen. Ja, das heißt, man will halt das Opfer sein. Man will halt so der Underdog sein. Es muss halt irgendwie so ein Hollywood-ähnliches Skript reinpassen. Und einige der ersten großen Filme kamen ja aus Russland. Und ich hatte im Studium damals eben so ein paar von diesen Filmen mir anschauen müssen und sezieren müssen, wie das konstruiert ist, wie das designt ist. Und einige Dinge, die typisch wurden für Hollywood, das hatten die Russen vorher schon drauf. Also so ums Jahr 1900 rum oder vorher schon. Oder kurz danach, ich weiß nicht mehr genau, wann diese großen Dinge rauskamen. Aber es war halt einfach, du hattest halt eben schon gesehen, die Inszenierung. Ja, also bei Alexander Nevsky, dem Film, das sind die Deutschen, also die Deutschritter und die Schweden. Das sind halt so diese totalen Teufel, diese blonden Monster. Ja, und die guten Russen, also der heilige, also später dann heilige Alexander Nevsky rettet dann, wie so ein bisschen Jesus, rettet dann halt die Russen vor den bösen Deutschen. Ja, also die ewigen Monster, die Deutschen oder halt die deutschstämmigen. Und die Darstellung, gerade in Alexander Nevsky, und man findet diese alte Kamelle auf YouTube inzwischen natürlich, die Deutschen, so wie die dargestellt werden, das war dann auch ein Einfluss auf Star Wars später. Also die Sturmtruppler in weiß und Vader in schwarz und so. Und das war alles ein bisschen hier angelehnt an diese alte russische Propaganda. Ja, und halt Leni-Riefenstahl, Leni-Riefenstahl-Filme, die wurden dann auch so ein bisschen adaptiert für die Orks und die Uruk-Rei in den Herr-der-Ringe-Filmen und so weiter. Aber die Russen hatten dann auch schon Sachen drauf, wie die obersympathischen Charaktere. Also ein bisschen so diese Bumbling-Heroes, die halt so einen Sinn für Humor haben und so die coolen, fast schon ein bisschen Anti-Helden. Das hatten die Russen auch schon drauf vor über 100 Jahren. Also da müssen die Russen jetzt wo nachlegen. Die Russen brauchen besseres Kino. Hier für ihre Operationen, für ihre psychologische Kriegsführung. Die Amerikaner sind da eigentlich besser. Auch wenn sie es vermasselt hatten mit 9-11, das war lame. Und das ganz große Kino kam dann eigentlich nach 9-11 von den Aktivisten, weil die nämlich dann rausgefunden haben, wie fake 9-11 war. Das wurde ja legendär mit Loose Change, diesen Filmen und so. Und Building 7 und diese ganzen Sachen und so. Also das richtig große Kino kam dann eigentlich von den Aktivisten, nicht von der Regierung. Ja, ja, die Amerikaner lernen aus ihren Fehlern. Und was wir halt eben dann jetzt sehen, wie das sich jetzt halt ausgeht mit den Chinesen und den Nordkoreanern und den Russen und so und den Amerikanern. Es ist halt einfach wie Kino. Das ist so ein Design, das soll so sein. Ja, und insbesondere wenn wir ein Kartell der Supermächte haben, kannst du nochmal ganz andere Storylines hier inszenieren. Also, wir haben Nordkorea. Ja, extrovertierter Staatschef, Bösewicht, Kim Jong-un. Ja, also dieser, 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 dieser pausbeckige Dämon, ja, dieser, dieser Weirdo aus einer Familie von Weirdos, das abgeranzteste Land der Welt. Ja, total irre. Und jetzt hast du nicht nur Kim Jong-un, sondern du hast schon seine Tochter als möglicher Nachfolger und du hast seine Schwester. Da gab es auch ein neues Buch, so ein, halt ein Sachbuch über die Schwester von Kim Jong-un. Die Schwester tritt jetzt auch mehr in der Öffentlichkeit auf und sie ist auch schon, wird auch schon beschrieben als Teufel und Dämon. Also, die sind filmreife Charaktere. Das ist wie so eine Art Bond-Bösewicht auf Math. Also, du hast Kim Jong-un, Nordkorea, Atomwaffen, ja. Dann hast du Putins Russland. Und Putin hat ja, und da wurden ja in Studien seine ganzen Reden ausgewertet über die letzten irgendwie so 20, über 20 Jahre. Und du merkst halt, oder die Forscher merken dann, dass halt mehr und mehr römische Talking-Points, römische Propaganda einfloss in Putins Reden. Das heißt, mehr und mehr zaristisch, mehr und mehr, oh, ja, Putin meint, der hatte dann so sich irgendwie die Zaren angeguckt, irgendwie Peter der Große und so. Und der führte dann irgendwie 21 Jahre lang Krieg im Norden und so. Und so baute man das Empire und modernisierte ein Empire, also ohne Krieg kein Empire. Das heißt, Putin hat eben so diese Rolle. Ja, Putin will ein Cäsar sein, ein Zar. Was halt auch ziemlich filmreif ist und kitschig. Ja, ich meine, schauen wir uns mal diese offiziellen staatlichen Events an. Ja, also jedes Mal, wenn Putin dann erneut als Staatschef eben bestätigt wird nach irgendeiner Fake-Wahl, dann hast du die Kanonenschüsse, dann hast du die Oper und die spielt dann dieses Stück Gloria in der Nähe, wo die Zaren da gewohnt hatten und der ganze Pomp und die Paläste und so. Das ist alles super krass filmreif. Und das gehört eigentlich nicht nur zu Putins Narrativ, also wie Putin sich inszeniert, sondern das passt auch in dieses Narrativ, was der Westen halt eben präsentiert hat. Also im Westen hieß es ja, Putin ist in die Ukraine reinmarschiert, weil Putin sich fühlen wollte wie ein Zar. Ja, also was Tieferes wurde den Leuten da gar nicht erzählt über die ganze Angelegenheit. Also das ist quasi die Rolle, Putins Rolle, total filmreif. Und dann haben wir noch die Kommunisten in China und die sind wie so der absolute Ameisenhaufen. Das sind die absoluten Roboter, die so Androiden, so unmenschliche, menschenähnliche Wesen, die da drüben rumrennen in diesem kommunistischen Ameisenhaufen. Und wenn du da nicht exakt so funktionierst, wie der Staat das eben beabsichtigt, dann gehst du als kaputt, als beschädigt und dann kommst du in die Werkstatt, nämlich in ein Internierungslager da drüben und baust irgendwelche Plastikspielzeuge oder andere oder Blu-ray-Player für den westlichen Markt. Ja, so ist das. Also genau so würdest du ein Bösewicht, ein böses Empire darstellen in einem Hollywood-Film. Also die Chinesen sind wie die Uruk-Hai, sind wie die Orks, diese Gleichschaltung und ja, die sehen auch für uns natürlich anders aus. Das heißt, die sehen auch nicht aus wie wir. Wir verstehen deren Sprache nicht. Also kaum einer hier spricht irgendwie Mandarinen oder ja, das heißt, das ist absolut Hollywood-Style. Totaler Hollywood-Style. Und wie sieht es aus bei den Amerikanern? Genau wie in Star Wars eigentlich die Rebellen oder genau wie in zig anderen Hollywood-Filmen auch. Es ist ein bunter Haufen. Und der Westen hat seine Fehler, so stellt man das dar. Es gibt individuelle, überambitionierte Personen. Es gibt so die Gier von manchen Leuten und Konzernen. Und es gibt halt so Geschacher und ideologisch hier und da und da. Aber am Ende, angesichts der massiven Bedrohung, werden die Leute im Westen sich zusammenreißen. Und auch die ganzen Hans-Solos da draußen, werden dann das Gemeinwohl über das, werden das Gemeinwohl stellen über ihre persönlichen Interessen. Ja, so eine Art Drehbuch wurde hier anscheinend ausgeheckt. Ja. Also, das heißt, gab es dieses Meeting hier, Nordkoreas Freak-Diktator kam nach Russland und kam jetzt nach Russland und dann macht man halt dieses Spielchen da vor den Kameras. So, man verhandelt so miteinander. Also, keiner soll wissen, was man eigentlich leichter raten kann, dass Nordkorea total in der Kontrolle ist von den Russen, seit Stalin und seit Kim Il-sung, seit Beria Kim Il-sung ausgewählt hatte als Marionettenherrscher. Und man sagt, ja, wir müssen ihm nur ein bisschen koreanisch beibringen, weil er eigentlich nur gekämpft hat mit den Chinesen, hauptsächlich den Guerillas. Aber ansonsten ist der genau der richtige Mann. Äh, ja. Also, das heißt, man hat jetzt Putin und Kim Jong-un und die sollen so tun, als seien sie jetzt notgedrungen hier zusammengekommen und sie könnten voneinander profitieren, wenn sie eben dann Hightech tauschen gegen Munition und Truppen und so weiter. In Wirklichkeit ist das sowieso nur eine Soße. Ähm, und, äh, Putin wurde ja wegen seinem Zaren-Image, also seinem Cäsaren-Image, ähm, bekam ja Putin einiges an Appeasement vom Westen. Ähm, und dann haben wir es erst kürzlich wieder gesehen im Artikel in den New York Times, wo die New York Times gesagt hat, wir müssen mit Putin auskommen auf absehbare Zeit. Äh, äh, alles andere ist zu gefährlich und, und, äh, er war ja eigentlich stabil seit 1999, abgesehen von dem, äh, Ukraine-Krieg und so ein paar anderen Sachen. Aber was ist schon der Ukraine-Krieg im Großen und Ganzen? Ja, es ist nicht so schlimm wie Natronkrieg oder so. Ähm, oder ein Zerfall Russlands und Natronkrieg. Also müssen wir mit Putin auskommen. Ja, wir müssen da pragmatisch sein. Das sagt die New York Times. Das ist genauso wie jetzt so der eine, ein Teil von den Republicans, die sagen genau das Gleiche. Und, das heißt, wenn Putin dieses, wenn Putin dieses Image hat, er ist ein berechenbarer Cäsar, ähm, ja, und, und dagegen hast du dann Kim Jong-un und seine verrückte Schwester, ja, dann kann das nicht so ausgehen in ein paar Jahren, dass halt dann Nordkorea in Anführungszeichen irgendwas total Verrücktes macht, dass sich Nordkorea, Nordkorea attackiert die USA in Guam und, und so weiter und so fort und attackiert irgendwie dann Japan und Südkorea. Äh, und die Russen sagen dann, das waren wir nicht, das waren die Nordkoreaner, wir haben damit nichts zu tun und, und so langsam wird Putin der Cäsar nervös und denkt sich dann, hm, so hat er, also so hat er sich das nicht vorgestellt und das, das, was die Nordkoreaner machen, wird ihm zu verrückt. Ja, also auch so kann man das dann hintereichseln. Ähm, es heißt hier, äh, hier, Kim Jo-jong, die dünnere, klügere und gruseligere jüngere Schwester von Kim Jong-un, die war auch mal im Schweizer Internat, äh, und dann gibt's das neue Buch The Sister, eine gruselige Sage über die Familiendynastie, die das nordkoreanische Volk weiterhin unterdrückt. Berichten zufolge ordnete sie die Hinrichtung mehrerer hochrangiger Beamter wegen des Verbrechens an, ihr auf die Nerven zu gehen und schickt andere Straftäter zusammen mit ihren Familien möglicherweise hier zu, also Todesurteile, Gefangenenlager. Hinter ihrem Rücken wird sie laut irgendwie dem Autor als blutrünstiger Dämon und Teufelsfrau bezeichnet. Ja, aber wie krank, wie krass ist das wirklich bei den Nordkoreanern? Wie viel davon ist Mythos, um halt einfach diesen Hollywood, diesen Filmreifen, Hollywoodreifen, ähm, Status halt hier zu bekommen für Nordkorea. Ja, dass halt im Westen gedacht wird, okay, dieses, also Nordkorea, die sind komplett durchgeknallt, die sind komplett bösartig, China sind wie Roboter, mit den Russen könnt du vielleicht noch irgendwie arbeiten und so. Wow. Ja. Wie in einer Filmschnulze, wie in einem Hollywoodfilm. Ja, und als US-Präsident, als US-Präsident hast du dann halt so gebrechliche alte Männer wie Joe Biden oder jetzt so ein, so ein, äh, Business-Heine wie Donald Trump oder so einen Typen mit Militärvergangenheit wie jetzt Ron DeSantis, ja, oder dann mal irgendeine Frau oder sowas. Das heißt, das ist dann so typisch Amerika. Ja, so die, die amerikanische Rolle, wie man es halt eben dann schon gesehen hat in einigen, einigen, äh, in einigen Filmen. Ja, also das heißt, äh, äh, wenn du jetzt siehst in Filmen und TV-Serien, ähm, also alles, was so Hollywood ist, die trauen sich meistens nie so richtig hier die Regierung anzugehen. Meistens ist das immer nur, ja, ein Rüstungskonzern ist der Bösewicht oder ein Söldnerkonzern ist der Bösewicht. Es ist ganz selten, dass mal halt richtig krasser hier so gezeigt wird, wie, wie das US-System eigentlich ist. Ähm, also zum Beispiel in, äh, 24, dieser Anti-Terror-Show mit Kiefer Sutherland als Agent Jack Bauer, da hattest du in späteren Seasons halt mit Präsident Logan wirklich die krassesten Plots, ähm, auch in den anderen Seasons schon. Das heißt, US-Regierung oder Leute in der US-Regierung machen False Flags, Schanzen-Terroristen, sogar Atom-, kleine Atomwaffen zu und um die halt rechtzeitig zu verhaften für den Publicity-Stunt. Also da waren Dinge in 24. In der Show, das hast, das, das hast du nicht für möglich gedacht, dass die sowas bringen. In einer Mainline-Television-Show, die lief, glaube ich, auf Fox. Ähm, ansonsten hattest du dann Sachen wie, ähm, die erste Staffel Stranger Things auf Netflix, ja, das heißt, da war die Regierung noch durch und durch düster, mordet irgendwelche Leute, auch diesen einen Typen in diesem Diner, Hauptsache, der, der kann nichts mehr erzählen von irgendwas. Regierung ist eiskalt, so richtig eiskalt, unredeemable. Ähm, und man sprach auch explizit das MK-Ultra-Programm an, als, äh, halt, Polizist Hopper, als er dann halt in der Bibliothek das mal nachforscht, was diese Programme waren. Und sobald dann Stranger Things zu halt einer Sensation wurde, hat man dann gleich hier Änderungen durchgeführt im Hintergrund, damit halt in Staffel 2 das anders ist. In Staffel 2 ist die Regierung plötzlich, äh, nicht mehr böse, sondern halt nur einzelne Leute sind fies. Ähm, der neue Chef von Hawkins Lab ist jetzt auch eine recht annehmbare Figur und so. Ja, wirklich der Wahnsinn. Ähm, aber meistens, wie gesagt, meistens, äh, zeigt man das nur sehr, sehr begrenzt, wie die Regierung halt wirklich ist. Das heißt, du siehst manchmal so in den Filmen, gehörst du diesen Film mit Jack Nicholson und, ähm, und Tom Cruise, äh, Jack Nicholson spielt so einen hohen Offizier, der so ein, also ein geistig, so ein totaler Faschist ist und, und will halt immer weiter aufsteigen, ähm, und will so einen Skandal vertuschen und Tom Cruise will das halt dann vor Gericht aufdecken. Also siehst du halt an einen fiesen General oder Admiral oder was auch immer, der halt dann, äh, der halt dann der Feind ist. Aber das System an sich ist gut. Ähm, so ist es halt dann meistens in diesen, in diesen, äh, halt Unterhaltungsprodukten. Äh, dann hatten wir das hier gesehen, mehr russische Kriegsmarine im Mittelmeer und Kämpfer in Afrika mit China im Hintergrund. Also das heißt, ähm, die, äh, die Russen, die Russen wollen jetzt halt mehr und mehr rauskriegen aus ihrem Engagement in Libyen. Also man will jetzt halt diese neuen Häfen als Militärhäfen da haben oder halt diese Möglichkeit haben. Dann will man in Afrika mehr einsteigen, zusammen mit den Chinesen. Nur die Russen alleine können das nicht. Also uns hier so ein bisschen einkreisen hier vom Süden aus. Äh, weil die Russen haben zu wenig Geld. Äh, und, und Leute. Aber mit den Chinesen zusammen, mit Nordkoreanern zusammen, ja, vielleicht haben wir irgendwann einen Haufen asiatische Kommunisten hier vor unserer Haustür in Afrika, in Nordafrika. Ähm, also zusammen können die Russen und die Chinesen dann doch da einiges reißen. Äh, also, und, äh, ja, die, die USA versuchen natürlich da dagegen zu pushen. Das hat man eben Niger gesehen, wo eine pro-russische Junta die Macht übernommen hat. Analysten sagen, dass der russische Vorstoß des Moskau ermöglichen würde, wichtige Energiekorridore zu kontrollieren, die als Alternative zu den eigenen Lieferungen nach Europa hätten dienen können. Ähm, die Bedeutung der russischen Marine insgesamt ist momentan eher fragwürdig. Also die Kriegsmarine im vergangenen Jahr war Russland, das über die zwei